Moin Freunde, ich freue mich, dass ihr wieder zu uns gefunden habt. Tuoblach Nummer 21, Irish & Coke, die zweite. Gerade im Hintergrund spielen Mr. Irish Bastard. Wir freuen uns, es macht richtig Spaß und nach dem Sonnenuntergang können wir auch schon zocken. Ahoi, viel Spaß bei der Show! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.